Hast du schon mal was von Creepypastas gehört? Das sind Gruselgeschichten. Teilweise sind sie so verstörend und unheimlich, dass sie dich in deinen Gedanken verfolgen werden und dir Albträume bereiten. Glaubst du an übernatürliche Phänomene und Geister? Oder? Fürchtest du dich vor dem Unbekannten, das sich unter deinem Bett versteckt, wohl hinter deinem Rücken lauert? Dann bist du hier genau richtig. Auf meinem Kanal gibt es jede Woche mehrere Creepypastas und ab und zu auch echte Aufnahmen von genau dem Ding, vor dem du dich fürchtest. Vielleicht bist du ja auch bald dabei. Dann heiße ich dich herzlich willkommen bei Xander Stories.